Hallo, herzlich Willkommen, Andreas Birka der Bewirker, heute mit einem speziellen Detail zum Strichmännchen mit einer ganz besonderen Übung, nämlich energetische Verbindungen zu Ex-Partnern trennen. Ganz, ganz wichtig, wir sind immer energetisch verbunden, kann auch irgendwas da sein, auch wenn es schon lange her ist, oder bist gerade in der Trennung oder hast dich vor kurzem getrennt und jetzt lösen wir jetzt diese energetischen Verbindungen mit der Strichmännchentechnik auf und jetzt starten wir gleich damit. Wir starten jetzt dann mit Ex-Partner oder Ex-Partnerin oder Menschen loslassen und diese energetischen Strukturen Verbindungen trennen. Dazu ist auch gleich wichtig, ihr setzt ja das berühmte Buch dazu im deutschsprachigen Raum, kann ich nur empfehlen, ich verdiene keinen Euro daran, kauft ihr es wo ihr wollt, mir ist wichtig, dass euch geholfen ist. Und jetzt starten wir gleich, wie Strichmännchentechnik, wer sie nicht kennt, wieder die Anleitung, weißes Blatt, ganz wichtig, weißes, darf nicht liniert, gar nicht sein, weiß. Und wir zeichnen hier jetzt dann immer auf dieser Seite den Andreas. Ob Arme oben oder unten, egal, war auch ein Gesicht. Und jetzt ist wichtig, Vorname und Familienname. Andreas Pirka. Und jetzt dann machen wir Ex-Partner. Bei mir zum Beispiel schon sehr lange her, meine Ex-Frau, lange nicht gesehen, war große Liebe. Und das war damals die Andrea Pirka. Und wirklich ist, das Tiefste, die Liebe oder was auch immer damit zu tun hat, wird nicht getrennt bei dieser Technik. Es werden die emotionalen Verstrickungen, Abhängigkeiten, energetische Verbindungen aufgelöst. Immer wichtig, du hier, die andere Person auf der anderen Seite sein. Und wenn du willst, kannst du noch Haare zeichnen. Okay, machen wir ja ein paar Haare, wenn du magst. Schaut es freundlicher aus. Und das reicht. So, jetzt machen wir so den energetischen Kreis oder die Aura um den Andreas. Und wie sie abstrahlt. Und dazu sagen wir die berühmten Worte. Und zeichnest so weg die Striche. Ich wünsche mir das Beste. Wenn du magst, das Allerbeste, kannst du auch sagen. Ich weiß nicht, was das Beste für mich ist. Aber, jetzt kannst du sagen, das Universum, die Liebe, das Leben, Gott, Licht, die Ahnen, was immer du glaubst. Also, das Universum, von mir aus auch die Liebe, das Licht, die Engel und, 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 wissen es. Und sie wissen es viel besser. Es ist viel, viel größer. Und sie werden es mir bringen. Zweite Person. Auch die hat natürlich eine wunderbare Aura. Und hier auch strahlt so wegzeichnet. Und wir sagen wieder, jetzt aber eben, ich wünsche dir das Beste. Ich weiß nicht, was das Beste für dich ist. Aber, jetzt nehmen wir das wieder eben, das Universum, oder das Licht, oder die Liebe, oder Gott, oder die Engel, oder Buddha, was immer du da sagen möchtest, oder alles zusammen, weiß es und wird es dir bringen. Ganz wichtig, diese Texte. So, und alles zusammen ist auch in einer energetischen Aura. Und jetzt haben wir das neu. Jetzt kommt das Wort euch. Ich wünsche euch das Beste. Ich weiß nicht, was das Beste für euch ist. Aber, das Universum, das Licht, die Liebe, die Engel, die Ahnen, Gott, Buddha, und was auch immer, weiß es, oder die wissen es, und sie werden es euch bringen. Ja, jetzt haben wir das einmal so schön zusammen. Und jetzt machen wir die direkten energetischen Verbindungen. Wie wir wissen, sind wir alle verknüpft. Und es gibt die hauptenergetischen Punkte, sind die Chakren. Und das zeichnen wir jetzt ein. Du brauchst dazu keine Farbe, nichts. Einfach mitzeichnen. Und schau dir dann immer wieder das Video an, falls du es wieder einmal machst. Wir beginnen beim Wurzelchakra und verknüpfen das ganz einfach. Etwas unter dem Nabel, das Sakralchakra, wir verknüpfen. Solaplexus, das ist unterm Brustbein ein Stück, wir verknüpfen. Herzchakra, beim Herzen, wir verknüpfen. Beim Hals- oder Kehlkopfchakra, wir verknüpfen. Und drittes Auge, kennen Sie da, ober den beiden Augen, wo die Inder den Punkt haben. Verknüpfen. Und Kronenchakra, ganz oben der höchste Punkt beim Kopf. Und wir verknüpfen. Ganz wichtig, überprüfe es jedes Mal. Man glaubt gar nicht, Geist ist abgelenkt und man vergisst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind die sieben wichtigsten, dass du hundert Prozent, diese sieben hast und nichts übersehen. Und jetzt nimmst du dann eine Schere oder ganz einfach, nimm hier einen Block, die Rückseite eigentlich eines Blocks, der ist ganz weiß. Wir falten das. So. Und entweder mit der Schere oder so mit der Hand. Und jetzt sagst du einfach Danke. Oder wenn du willst öfters Danke, 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 Danke. Es ist erledigt. Das ist alles. Du kannst es dann nehmen. Du musst das nicht verbrennen oder irgendetwas oder ausmalen oder bei Vollmond mit einem Ritual irgendwo hinschicken. Wenn du das gern machst, machst. Der Entwickler der Technik sagt, somit ist alles erledigt und es reicht. Noch einmal wichtig, die Liebe ist unendlich und die löst du dadurch niemals auf. Es geht um emotionale Verstrickungen um energetische, emotionale, versteckte, sogar Abhängigkeiten. So. Und jetzt kannst du es einfach nehmen und es ist wirklich erledigt und du tust das einfach weg. Ich hoffe, dir hat diese Übung gefallen und du wirst sie öfters noch anwenden. Vielleicht mit den einen oder anderen Ex-Partner, Ex-Partnerin. Kannst du ruhig alle mal dies, die so erinnerst, die wichtige Menschen in deinem Leben waren. Noch einmal so machst, damit du dann frei bist für das neue oder noch freier in deiner jetzigen Beziehung. Wösche damit ganz viel Spaß und Freude und schau gut auf dich. Und wenn dir das alles gefallen hat, drück da unten auf Abonnieren, die Glocke oder Kommentieren. Wir freuen uns, wenn wir was von dir lesen oder Fragen kommen oder Feedbacks, wie es dir damit gegangen ist. Wir antworten ganz sicher. Alles Liebe und schau gut auf dich. Alles Liebe und schau gut auf dich. Zum Schluss nach oben. Verschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020